Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Wir sind genau da, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Nice. Endlich mal so richtig Snipern. Hoffe ich zumindest. Ja, sieht schon geil aus. Wir haben hier eine Gesellschaft. Erstmal am Rauchen. Wir sind schon wieder vorgegangen, oder was? Mal kollegisch. Da vorne. Price, ich komme zu dir. Könnte ein bisschen dauern. Ja. Stress. Dein Laser? Ah. Ich habe sie. Auf dein Zeichen. Ein Todesfall. Wir haben es noch drauf. Nice. Vorrücken. Bleib bei mir. Hätte ich jetzt nicht gesehen. Eindeutig besser als ich. Bravo, hier Watcher. Wie ist euer Status? In der Nähe der Windräder. Verstanden. Begebt euch zur Baumgrenze vor euch. Sie wird etwas Deckung geben. Bestätigt. Wow, bis wir da sind, ist aber eine halbe Ewigkeit vergangen. Moment. Da kommen Fahrzeuge. Siehst du das? Container Truck. Ja. Richtige Größe für eine Enquete. Folgen wir ihm. Bravo, Anwatcher. Wir haben Transporter nördlich von unserer Position entdeckt. Einer transportiert einen Container. Könnten die Raketen sein. Verstanden. Kriechen wir jetzt da durch das Wasser durch? Ich folge der Küste für eine bessere Sicht. Dranbleiben. Okay. Wir gehen überhaupt da durch. Tunnel unter der Straße. So kommen wir auf die andere Seite. Ja. Nach dir. Ah, schüttet doch den ganzen Dreck durch. Kartelle und Terroristen. Komische Kombi, oder? Terroristen geht es um die Vergangenheit. Marcos um die Zukunft. Was haben sie gemeinsam? Reviere und frisches Blut. Sie ziehen die Jugend an. Ihnen gehen nie die Rekruten aus. Hol wahr. Vor allem, wenn man die... ...richtigen Sachen verbreitet. Das Gras ist höher und bietet mehr Deckung. Durk dich und sei unauffällig. Die richtigen Sachen verbreitet, was die Leute triggert. Das ist jetzt neben der Flugzeugmission jetzt mein Lieblingsding. Warte, Aktivität. Komm näher. Kleine Patrouille. Direkt vor uns. Shit. Ich hab' fast gesehen. Versteck die Wassergas. Versuche, ihre Wege voraus zu ahnen. Naja, toll. Versuch's. Oh fuck, ich glaub, der läuft auf mich zu. Scheiße. Bitte, 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 bitte nicht. Holy shit. Traum mich grad nicht, die Kamera zu bewegen. Noch einer. Bitte nicht auf mich. Natürlich auf mich, ne? Das war knapp. 3, um die Waffe zu ziehen. Ey, ich seh kaum was. Gut denn. Von hier aus seh ich nichts. Bis auf die da hinten. Geduld, Sergeant. Mehrere Kartellwachen können ihn sehen. Vielleicht teilen sie sich noch auf. In welche Richtung schaust du denn? Ich komm mal zu dir. Ach, da. Sichtkontakt. Du nimmst ihn. Ich den anderen. Das war's. Nice. Sauberer Schüsse. Wir können weiter. Aber wieder im Krieg-Modus. Yes. Das Gebäude voraus. Draußen ist niemand. Aber drinnen vielleicht. Ah, du meinst das richtige Gebäude da. Und wieder knien. Okay. Überprüfe das Gebäude mit deinem Herzschlag-Sensor. Herzschlag-Sensor? Ähm. Okay. Schöne Anzeigen. Sicher. Drinnen ist nichts. Roger. In Bewegung bleiben. Gibt es sowas wirklich? Wie will man sowas aufspüren? Aber ich muss sagen, rein von der Grafik her. Die eine Meisterleistung. Offenbar sind sie stehen geblieben. Nicht angreifen. Da kommen wir unbemerkt vorbei. Er bewegt sich wieder. Kein Sichtkontakt. Verstanden. Ich halte nach ihm Ausschau. In Bewegung bleiben. Ja, du gehst vor. Ich folge dir. Baumgrenze voraus. Rüber da. Gott sei Dank hat es hier noch ein bisschen Natur. Aber weg. Wir kriegen uns bessere Deckung, aber bleib aufmerksam. Der Truck mit dem Container ist hier. Sie könnten ihn ins Lagerhaus entladen. Mehrere Bewaffnete im Bereich. Bestätigt. Ähm. Okay. Kyle, was gibt's? Bist du froh, wieder im Einsatz zu sein? Ich bin hier, weil das vor meiner Nase passiert ist. Ich muss wissen, wie. Wir nehmen uns bekannte, wahrscheinliche und verdächtige Ziele vor Kate. Ihr trefft alles zu. Mit euch beiden würde ich jederzeit ein Schützenloch teilen. Klären wir diesen Mist auf. Wenn eine dieser Raketen eine Stadt trifft, werden Menschen sterben. Wir sind fast da. Direkt hinter diesem Kamm haben wir Sicht auf das Hauptgebäude. Wenn die Raketen hier sind, könnten sie da drin sein. Und dann? Wie ist der Plan? Wir legen uns seit lang der Windräder auf den Kamm zu Lasswar. Gut. Ihr nähert euch den Hauptgebäuden. Vom Hügel aus könnt ihr sie sehen. Oh, cool. Das Wetter ist auf unserer Seite. Nebel. Schlechte Sicht. Das und die Tarnanzüge sollten uns verborgen halten. Ich bin ehrlich gesagt noch nie so nah an einem Windrad in echt gewesen. Würde ich aber gerne mal tun. Hauptgebäude gesichtet. 400 Meter auf 1 Uhr. Verstanden. Finde einen Platz im Gras. Dann schauen wir mal, wer da ist. Ja, einen Moment. Direkt neben dir hier. Finde dich hinter deinem Visier und erkunde die Gegend. Mal das hier. Okay. Scheiße, Käpt'n. So viele Ziele. Bestätigt. Hier wimmelt es von Kartelleinheiten. Nicht schießen. Greif erst an, wenn ich die Entfernung weiß. Watcher. Wir sind bereit. Schaltet von dort so viele wie möglich aus. Fang mit den Verstreuten an. Verstanden. Dann los, Herr. Ist gut. Nach dir. Mit den Verstreuten. Hier. Er ist ganz allein. Kompensiere drei Striche für Geschossabfall. Eins, zwei, drei. Cool, dass sie das jetzt auch noch berücksichtigen. Nice. Wer ist noch alleine? Er hier. Er ist allein. Zweieinhalb Striche für Geschossabfall. Zweieinhalb. Falltreffer. Nice. Mieser Tag im Büro. Oh ja. Wachsam bleiben. Sie dürfen die Leichen der anderen Patrouille nicht finden. Es ist nur er. Dreieinhalb Striche. Zwei, dreieinhalb. Er kommt in Sichtweite. Er gehört mir. Sauberer Treffer. Nice. Guter Scheiß. Da hinten haben wir noch einen. Ist ganz allein. Dreieinhalb Striche. Hab ihn. Nice. Nicht übel. Schaltet zwei auf einmal aus. Ich nehm den anderen. Vier Striche. Vier Striche. Oh, geil. Und hier. Oh, wie soll ich das genau machen? Nice. Ja. Äh, machen wir ihn hier. Voll in den Rücken. Absolut. Nice. Hier einfach keiner, was mitkriegt hier unten. Ja, hier. Okay, dann wird das hier erstmal nix. Das wird ja nach links. Das sind Zivilisten. Sie sind nicht bewaffnet. Was haben Zivilisten hier zu suchen? Dieser Brutplatz ist im Betrieb. Jemand muss die Fische füttern. Okay. Such eine Stelle, um zwei mit einer Kugel zu treffen. Ja, ich geh mal hier weiter nach links. Nicht ohne, dass mich hier jemand sieht. Schauen. Nee, ich muss hier weiter nach links. Ja, da komme ich nicht durch. Okay, wie ist es von hier? Nee, weiter. Sagen nach der vorne zu dem Stein hier. Das ist schon ziemlich fett da oben. Ja, noch nicht. Das ist weiter hier runter. Alles bereit. Was? Nein. Oh, lieber Freien. Ähm. Jetzt habe ich ein anderes Problem. Das habe ich gar nicht gesehen. Nur ein bisschen wiederholend davon entsprechen. Die anderen jetzt. Ach da. Ich halte zwei auf einmal aus. Ich nehme den anderen. Drei Striche. Abgekrankt. Auch geil, das hat funktioniert. Verdammt guter Schuss. Von den Zivilisten. Da ist noch einer. Er ist in Sichtweite von zwei anderen. Kannst du die Stelle wechseln und zwei auf einmal treffen? Die zwei anderen. Oder? Okay. Ja, dann gehen wir hier runter. Da wäre rechts besser gewesen. Weiter runter. Belastet, das kann ein Fehler sein. Wie von dem her. Ich gehe weiter nach rechts, damit ich da zwei auf einmal kriege. Ich glaube, ich kann hier laufen. Okay. 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 Wie mir ist da vorne bei dem Stein. Weil das 20er Schild ist. Bin in Position. Zweieinhalb Striche. Zweieinhalb. Ja, sonst noch irgendwie jemand. Sieht so aus, als wäre es das gewesen. Da ist noch eine tot. Da ist noch ein Blut. Ah, mir das Blut. Oh, da unten. Ich habe seinen Freund. Zwei Striche. Ah. Bei der Arbeit einfach umfallen. Wir sind sicher. Zeit nach unten zu gehen und einen Weg hinein zu finden. Ich gebe dir Deckung. Guter Scheiß. Wieso ich und nicht du, Käpt'n? Wieso ich und nicht du, Käpt'n? Weil ich der Käpt'n bin und du nur Sergent. Bewegung. Roger. Verstanden. Ungestätigt. Achtung, ich erkenne keine Aktivität. Wenn Sie Raketen transportieren, sind Sie entweder schon lange weg oder irgendwo in diesen Gebäuden. Hoffentlich ist es letzteres. Oh, das ist hier auch mal. Nein. Verdammt, Laswell. Das ist ein weiter Weg. Wir fahren nicht alle Geländeläufer im College, Kate. Ich laufe immer noch, John. Muss nur mit dem Rauchen aufhören. Du rauchst, das ist eine gute Idee. Moment. Gas von der Rücksente des Gebäudes kommen Fahrzeuge in deine Richtung. Wir haben dich wohl nicht gesehen. Sei vorsichtig. Verbirg dich im Gas. Ja, ich versuch's. Versteck die Waffe Gas. Sie verlassen die Fahrzeuge. Ja, toll. Ich will dich nicht, wenn du dich nicht bewegst. Wenn du auf ein Feuergefecht aus bist, wirst du es bekommen. Oh, ja, toll. Ja, toll. Atom gleich zwei. Und wenn wir jetzt ausgerechnet hier stehen? So eine Scheiße. Bitte seht's mich nicht. Ich hab das Gras hier reicht. Oh, schein' zu f... Holy shit. Wird ihr euch nicht irgendwie anders beschäftigen? Oh, was? Scheiße, Mann! Ah, das hat so gar nicht funktioniert. Okay. Von wo aus starte ich jetzt wieder? Von da. Sie finden dich nicht, wenn du dich nicht bewegst. Wenn du auf ein Feuergefecht aus bist, wirst du es bekommen. Ja, nein, eigentlich nicht. Sie tragen Warnzorn. Sie laufen den Kopf, wenn du angreifst. Okay. Und wo kommen sie jetzt rauf? Da links ist einer. Vor mir. Mal drei links. Das sinkt ein bisschen im Boden, wa? Haut doch bitte einfach ab. Bitte nicht auf mich. Und sichtbar. Ja, aber spätestens unten bei der Straße sehen sie mich doch. Okay, steig dir bitte ins Auto ein. Hier kann ich nicht weiter. Sie weg. Boah, warte mal. Was ist mit diesem... Herzschlag-Ding. In die Richtung. Ah. Verstehe. Boah, das sieht so aus, als würde ich jetzt da... Danke für die Hilfe, Käpt'n. Du machst die Schwerstarbeit. Schön, dass es einer merkt. Ja, danke. Wir trainieren? Wir trainieren immer, Sergeant. Das stimmt. Du kannst die Straße überqueren und nach einem Weg hineinsuchen. Verstanden. Bin unterwegs. Ich hab so das Gefühl, dass wir jetzt hier schief gehen. Da sind doch bestimmt Leute rausgekommen, oder? Bin durchs Tor. Verstanden. Finde einen Weg hinein. Wir müssen wissen, ob Raketen in diesen Gebäuden versteckt sind. Hm. Leichter gesagt, was getan. Ich hoffe mal, unser Chef hier... Achtet drauf. Dass wir hier keine Gesellschaft kriegen. Verschlossen. Warum hast du jetzt die Waffe gewechselt? Hm. Hm. Ach, hier alle Gewalt wäre jetzt definitiv das Falsche. Was machen? Nee. Alborain-Marikultur. Also, ich sag einmal vorharaus, dass wir hier spektakulär flüchten müssen. Beispiel? Bescheid, wenn du Hilfe brauchst. Vorschläge, ja. Vorschläge. Durchbruch mit Sprengstoff, Beschuss durch die Oberlichter oder Tränengas durch die Lüftungsschächte, um sie rauszutreiben. Alles klar. Ich bin dabei. Tränengas durch die Lüftungsschächte. Jetzt aber noch eine geile Idee. Sprichwörtlich. Ähm. Warum warten die jetzt schon so? Ja, aber das mit dem Tränengas, glaube ich, das machen wir. Tränengas in die Lüftung. Dann kommen sie raus wie die Ratten. Ich öffne sie aus. Setze Tränengas ein. Bereithalten, Ketten. Okay, bin bereit. Rucksack öffnen. Rauchgranate, Tränengas. Auslusten. Das ist jetzt cool. Cool, halt mir. Tränengas, Granate, zielen. Nice. Oh fuck, jetzt hat zwar nur mich, aber ich... Nein! Hab noch einen. Fest am Boden. Wo sind sie? Nice. Nicht wie geplant, aber es funktioniert irgendwie. Wo ist der andere? Bruthaus ist sicher. Keine Container, die groß genug für eine Rakete sind. Ich weiß nicht, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Schlecht. Seh dich um, vielleicht findest du was. Okay, bin dran. Ja, Munition zum Beispiel. Sehr gut. Eigentlich... Was zum Henker. Hier stinkt es bestialisch. Es ist eine Brutfabrik für Fische. Jetzt weiß ich, wieso du mich allein losgeschickt hast. Ah, überraschend leer hier drin. Aber wir könnten da sogar rein. Nichts Interessantes hier. I. Nein. Negativ. Bin hier... Oh. Ich hab was gefunden, aber das scheint jetzt nicht so interessant zu sein. Ja, oder das. Oha. Hab was gefunden. Was? Blaupausen. Hinter diesem Ort steckt mehr als vermutet. Da sind Tunnel unter dem Leuchtturm. Moment. Gas, pass auf. Gepanzerte Patrouillen nähern sich vom anderen Gebäude. Das scheint fünf zu sein. Benutze deinen Herzschlag-Sensor und schalte sie durch Kopfschüsse mit deinem Schalldämpfer-Scharfschützengewehr aus. Fuck, das wollte ich jetzt gar nicht. Wer ist alarmiert? Ähm. Scheiße, da kommen sie. Einer weniger. Wieso kann ich jetzt das Invertar nicht mehr aufmachen? Wer ist alarmiert? Ich will noch zwei, ne? Wollen sie denn? Fünf. Okay. Zählen kannst du. Wirst du jetzt etwa frech? Ich mach nur Spaß, Captain. Wir sollten lachen, solange wir es noch können. Aber warum krieg ich jetzt... ...meinen Rucksack nicht mehr auf? Mann! Komm hier nicht mit dem Hemm. Ich bin immer noch schneller als du. Kein Kartell mehr im Gebiet. Alle tot durch plötzliches Loch im Kopf. Ich will wissen, ob es dort Raketen gibt. Überprüf das nächste Gebäude. Ist am Boden. Gleiches Spielgas. Du kannst rein stürmen, die Oberlichter nutzen oder Trenngas einsetzen, um sie in die Flucht zu schlagen. Ähm. Getroffen. Gehdest du? Schüsse eliminiert. Hä? Ich renne jetzt aber schon von dem Gebäude da, oder? Guck mal. Hast du den ganzen Spaß ohne mich? Aber ich würde gerne nach... ...oben gehen. Du hast Ladungen für die Türen, wenn du sie brauchst, Sergeant. Ja, ich kann aber meinen Rucksack nicht aufmachen. Oh, komm. Lass mich rauf. Ah, sieht man überrascht wenig. Geh mal auf die andere Seite. Oh, hallo. Auf dem Dach. Brauche Deckung. Fuck. Lass nach. Tod von oben, Wichser. Hahaha. Geh mal mit der Schild. Tod von oben. Also nicht, dass rauslaufen mal eine gute Idee wäre. Wo ist der andere? Hier oben, Arschloch. Ne, sie laufen einfach nicht raus. Okay. Dann nehmen wir uns das hier noch vor. Was? Wo? Wo hast du dich versteckt? Ach, da. Das Dach leckt. Auch einer. Aber draußen ist... Gucken wir da hinten. Ich würde auch gerne eine Granate reinschmeißen. Hier oben, Arschloch. Auch einer. Ach, wisst du was? Geronimo! Hallo? Einer getroffen! Fuck! Das war eine schlechte Idee. Ach, ne. Doch nicht ab hier jetzt. Das scheint 5 zu sein. Benutze deinen Herzschlagsensor und schalte sie durch Kopfschüsse mit einem Schalldämpfer schaffenden Gewehr aus. Er ist alarmiert. Wo denn? Scheiße, da kommen sie. Einer weniger. Er ist alarmiert. Wo denn? Scheiße, da kommen sie. Mal 2. Ja, alle gewesen? Nice. Zählen kannst du. Wirst du jetzt etwa frech? Ich mach nur Spaß, Captain. Wir sollten lachen, solange wir es noch können. Aber es habe ich wenigstens noch eine... Ich bin in Gas, Kanade. Ja. Können wir sie rausjagen. Ich bin immer noch schneller als du. Es ist am Boden. Kein Kartell mehr im Gebiet. Alle tot durch plötzliches Loch im Kopf. Ich will wissen, ob es dort Raketen gibt. Überprüf das nächste Gebäude. Ja, einen Moment. Gleiches Spielgas. Du kannst rein stürmen, die Oberlichter nutzen oder Trenngas einsetzen, um sie in die Flucht zu schlagen. Ich bin in Gas. Das macht Spaß. Du hast Lagen und für die Türen, wenn du sie brauchst, Sergeant. Holy shit. Von wo? Ach, da. Die hast du vorher so alle abgeschossen. Na ja, danke für den Hinweis. So, ähm. Trenngas habe ich nicht mehr. Blendgranate. Ich habe auch eine Splittergranate da reinlachen. Ich probiere mir das gerade nochmal. Ich probiere mich nicht zu dem gewünschten Effekt. Nicht mit mir. Habt's doch die Vögel interessiert. Jetzt erstmal überhaupt gar nicht. Das Dach leckt. Tod von oben, Wichser. Wohl, letztes Fenster. Ich würde gerne eine Granate mal da runterwerfen. Hallo. Verdammt. Sie sehen, wie er da dahinter glitscht. Komm her. Hier oben, Arschloch. Noch einer? Hier ist ja vor der Fälle rumlaufen. Komm, erwisch. Tod von oben, Wichser. Nein, ich hätte mir erwischt, aber noch einer. Wo bist du? Hier von da. Ah, ich sehe keinen mehr. Was soll ich jetzt? Hinten? Was ist da hinten irgendwo? Wo genau bist du? Nice. Noch einer? Nice. Machen wir hier mal auf. Was haben wir hinter Tür Nummer 1? Nicht das, was ich wollte. Geil, ich kann die sogar nehmen, aber... Das ist voller Waffen, Pillen, Rohstoffe. Hassan hat tiefe Verbindungen zum Kartell, aber es geht nicht um Drogen. Wir müssen die Raketen finden, wenn sie hier sind. Dann sollten wir zum Leuchtturm. Wir treffen uns draußen. Verstanden. Yes. Train den Gas. Holy shit. Sind das ein Haufen Drogen? Da hätte ich gern 1% von Umsatz. Ähm... Warte mal, aktuelle Ziele. Trifte ich mit Price. Wo komme ich denn hier raus? Irgendwie aufmachen? Ne, ne? Tür! Da ist eine Tür. Cool. Ich warte außerhalb des Bruthauses, Sergeant. Wo genau? Ach, da vorne. Na los, Gas. Was dauert da so lange? Ja, mein Gott. Ich muss erst mal zu dir kommen. Stress mal hier nicht. Äh, ups. Das wollte ich jetzt nicht. 50 Meter. Ja, jetzt. Macht doch nicht so einen Stress. So, moin. Mir nach. Jungs, weiter. Wir sind ein kleines Team. Wenn Sie Verstärkung rufen, wird das schnell unbequem. Wir haben hier eigentlich nichts zu suchen. Sonst wären wir mehr. Das stimmt, Kate. Geh davon aus, dass das Kartell alle Kämpfer mobilisiert hat. Rechne mit starkem Widerstand. Dank des Nebels und der Tarnanzüge werden Sie uns nicht kommen sehen. Erkundungsscharf, Schütze. Was ist dein Ding, Captain? Bravo an Watcher. Wir sehen den Fuß des Leuchtturms. Positionieren uns hier. Runter ins Gras. Wir wollen nicht, dass uns eine Patrouille erwischt. Oh, da ist ein bisschen was los. Variabler Zoom ist auf diese Entfernung sehr praktisch. Ja, ich weiß. Okay. Ja, aber liebe Leute. Gleich. Also, liebe Leute. Wir sind wieder über der Zeit. Das machen wir in der nächsten Folge. Und dann mal schauen, was wir unter dem Leuchtturm so alles finden. Wenn es euch gefallen hat, lasst vielleicht einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Episode. Bis dann dann. Ciao. Ja, liebe Leute. Das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele. Und da könnt ihr auch mit mir quatschen. Und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da. Und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann. Euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.